but wo jetzt drei plätze So, Basta. So voll war es noch nie bei uns am Platz. Es war recht alles vollgestellt. Dusche ist großzügig, auch wenn man keine extra Abteilverkleidung hat. Sehr einfach, täglich gesäumert. Da ist die Thermadolette. Jetzt noch schauen. Insel Park gegenüber. Die Ortschaft Ratzelek. Die Ortschaft Ratzelek. Jetzt insel Park. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.